Weihnachten steht vor der Tür, es geht bestimmt wieder nach Hause, wird wieder zünftig österreichisch gefeiert. Ja, so wie jedes Jahr, wir sind zuerst im Skiurlaub und dann Weihnachten traditionell mit der Familie, freue mich schon sehr. Ganz traditionell mit der Familie, am Heiligabend noch unter uns und dann am ersten Weihnachtsfeiertag mit der kompletten Familie. Und genau, ich freue mich auch, Weihnachten ist immer ein schönes Fest. Ich fahre am 24. nach Hause und dann, sehr klassisch, bohlen wir am Weihnachtsabend. Wie wirst du Weihnachten feiern? Zu Hause, meine Heimat mit meiner Familie. Wo ist das? In Stolberg, also im Erzgebirge. Wie feierst du Weihnachten? Mit meiner Familie, ganz ruhig zu Hause und bin froh, mal wieder alle zu sehen und hoffe auf schöne Weihnachtsfeiertage. Ganz klassisch mit der Familie, am 24. Heiligabend in der Kirche und dann gemeinsam was essen und dann Bescherung. Wie feierst du Weihnachten in Tschechien? Ja, ich fahre nach Hause und genieße meine Familie und Freunde. Dann haben wir Abendessen und ja, wie in Deutschland. Und wie in Deutschland auch viel gegessen, nämlich? Ja, das machen wir auch.